Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von WestNerds, der Westworld-Podcast-Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit dabei, wie immer, Nerdizist Michael. Hallo! Hallihallo! Alle 14 Tage besprechen wir zwei Folgen von Westworld in der dritten Staffel. So auch heute. Und ja, so langsam schlägt die Corona-Situation auch bei Westworld zu, denn für alle Synchro-Kucker da draußen, das hat ab nächster Woche, wie schon bei The Walking Dead, auch ein Ende. Dabei frage ich mich, letztendlich steht doch, so wie wir es gehört haben, so ein Synchronsprecher mittlerweile allein im Studio und nimmt einfach mal ins Mikro auf. Das müssen die doch so auch hinkriegen, oder? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, weil du hast recht, der Hans-Georg Pantschak, den wir ja schon im Interview hatten, einfach mal bei Nerdizismus.de schauen, da findet ihr das Interview mit der deutschen Synchronstimme von Luke Skywalker. Ja, der hat vollkommen recht. Vielleicht liegt es daran, dass die halt einfach nicht mehr ins Studio reisen können, aber auch das stimmt ja nicht, weil er hat ja gesagt, es ist alles dezentral. Wer in München lebt, nehmt in München auf, wer in Hamburg lebt, lebt in Hamburg auf und so weiter. Ja, vielleicht ist es das ganze Management dahinter, was gerade so ein bisschen organisatorische Probleme hat. Das heißt auch, dass übrigens Sky die deutsche Live-TV-Ausstrahlung einstellt. Das heißt, die veröffentliche ich jetzt nur noch online auf Sky Ticket und Sky Go oder Sky Q oder wie der ganze Kram da heißt und werden montags es nicht mehr ausstrahlen, kannst also online abrufen, aber nicht im Fernsehen gucken, sondern warten, bis sie wieder synchronisieren können und das dann irgendwie haben sie im Juni gesagt oder so, dann wird es weitergehen. Naja, gut, für mich nicht schlimm, ich sehe es ja sowieso im Original, von daher. Naja, ich gucke es auf Deutsch, sage ich mal, oder wechsle ab und zu mal so hin und her, ist jetzt hier kein Beinbruch bei, wenn es jetzt irgendwie so eine britische Serie oder so Outlander wäre, ich glaube, da würde ich mich jetzt ziemlich aufregen. Naja, es ist ja nicht The Wire, von daher. Ja, eben, genau, es ist ja nicht The Wire. Aber apropos schöne Übersetzungen, ich habe im Zuge unserer Vorbereitungen fürs Streamen, denn der ein oder andere wird ja mitbekommen haben, dass wir hier gerade fleißig testen mit Streaming. Und zwar nicht nur jetzt Audio über unseren Mumble-Server, was wir ab und zu mal machen, sondern auch Video-Streaming. Da haben wir jetzt mal Facebook ausprobiert und jetzt probieren wir gerade mal YouTube aus und demnächst ist dann Twitch an der Reihe, vor allem, weil wir bald im offiziellen German Comic Con Kanal auf Twitch dann auch eine tragendere Rolle spielen. Der ein oder andere weiß es ja, wir haben ja schon Interviews geführt auf der German Comic Con in Dortmund in der Streaming-Box und das werden wir jetzt im Twitch-Kanal der German Comic Con wiederholen. Dazu werden wir schon das ein oder andere Mal live gehen, immer wieder regelmäßig, unregelmäßig auf verschiedenen Kanälen. Achtet einfach mal auf unsere Social Media Channels, da können wir, da werden wir das immer wieder veröffentlichen. Der Michael wird gleich noch sagen, wo ihr uns überall findet, aber was ich eigentlich sagen wollte, als ich jetzt lang ausgeholt habe, ist, dass ich uns ein paar neue Funk-Mikros gekauft habe. Und da wollte ich dir die sensationelle Übersetzung dieses Handbuches nicht vorenthalten. Na, schieß los. Vorwort. Vielen Dank, dass Sie unser professionelles, drahtloses Videoaufnahmen-Mikrofonsystem benutzen. Dieses Produkt verwendet mit fachlicher Audio, Schaltkreisarchitektur und drahtlosem HF-Technologie-Design. Durch die fachliche Aufnahmefunktion wie integrierter Hochpassfilter, Audio-Mixer, Audio-Kompressionsexpander und aktuelle Rückkehrüberwachung kann es in Nachrichteninterviews, bei einem Film- und Fernsehaufnahmen, beim Programmhost, bei speziellen Themeninterviews, bei Unterrichten und Abbildungen in anderen drahtlosen akustischen Bereichen der Tonübertragung unverreicht angewendet werden. Zeitrücklauf, Zeitrücklaufüberwachung, beim Betrieb im UHF ist dieses Projekt ein stabiles Signal und nicht leicht gestört zu werden. Und das strenge Design gewährleistet einen sicheren und unzuverlässigen Betrieb des Nutzungsprozesses. Mit zwei Sendern und leistungsstarken Seisignalempfängern ausgestattet, die für beide Sender gleichzeitig gleichzeitig verwendet werden können. Super, oder? Ja, da hat das jemand durch irgendeinen Translator durchgejagt und nicht mehr drüber schauen lassen. Aber ich glaube durch den... Es war aber sicherlich nicht Google Translate. Und auch nicht Diepel. Ich bin übrigens von Diepel jedes Mal aufs Neue beeindruckt, wenn ich da mal was durch den Übersetzer jage. Okay, ist es besser als Google? Ich habe Google ehrlich gesagt schon lange nicht mehr ausprobiert, weil ich mit Diepel so begeistert bin. Ja, cool. Aber auf der anderen Seite... Ja, Google verbessert ja im Hintergrund immer wieder weiter. Ja, muss ich auch noch machen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich traurig, weil eigentlich will ich es gar nicht machen. Ich will mir ja selber was übersetzen. Also ich meine, wozu habe ich denn Englisch mal gelernt? Also bei anderen Sprachen, da mache ich das. Aber Englisch, also ab und zu mache ich es aber trotzdem. Was eigentlich total doof ist. Wo wir schon bei Übersetzern sind, Microsoft Translate, die App ist auch echt gut. Die kann man auch immer wieder als Alternative nehmen. Nämlich mal öfters, wenn wir vor Corona-Zeiten im Frankreich-Urlaub oder so waren, die kann auch schnell von Fotos übersetzen. Das ist für Menüs ganz praktisch. Oh ja, ich habe nämlich in Frankreich aus Versehen mal beim Medaillons de Boeuf, Deutsch Eier, kriegst Rinder-Medaillons, passt schon. Ja, nix war es. Also schon eins davon. Das andere war, keine Ahnung, Leber und das dritte war Hirn. Super, ja, war lecker. Hat es geschmeckt? Ja, ich habe glaube ich zuerst Filet gehabt oder so oder das war in Ordnung. Logischerweise, war ja gut. Und da war halt überall Soße drüber. Und dann denke ich mir, und ich hasse Innereien, würde ich nie essen. Und dann, weiß ich mal, zweitens so, das ist ja komische Konsistenz. Und dann kratze ich so die Soße runter und sehe da halt so dieses, ich glaube Brie nennt man das, das Stück vom Hirn oder so. Bin mir da nicht sicher, Kalbsbrie oder so. Ei, 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 ging alles zurück. Ja, konnte ich nicht essen. Dass du es direkt erkannt hast. Ich meine, ich will jetzt gar nicht verstehen, dass ich da gerade Hirn esse. Die Hirnwendungen waren eindeutig zu erkennen, also es war jetzt. Das hast du nur unter der Soße erst im ersten Moment nicht gesehen. Ja, würde ich nicht essen. Ich habe es schon angekündigt, für alle, die neu hier sind. Michael, wo könnte man zum Beispiel das Interview mit Hans-Georg Patschak mal nachhören? Da geht man einfach auf nerdizismus.de und sucht es da. Da haben wir es irgendwo unter den Highlights. Manchmal ist es aber durchaus da auch einfacher, weil wir keine Suchmaschine haben, Google zu benutzen. Egal. Nerdizismus.de ist the name of the game. Da geht ihr einfach drauf. Da findet ihr alles. Da gibt es alle Links zu Spotify, iTunes, Google Podcasts, wenn ihr nicht sowieso schon auf diesen Plattformen unterwegs seid. Wir sind nämlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und mittlerweile kann man uns auch sogar über WhatsApp oder Telegram schreiben. Und zwar dafür nehmt ihr einfach die Nummer 01525-964-7709. Und dann schreibt ihr uns einfach irgendwelche Nachrichten oder sprecht uns was auf Band, weil das spielen wir hier gerne auch ab. Also nicht scheu sein. Ihr könnt ja auch mehrere Aufnahmen machen. Deshalb einfach nerdizismus.de. Da findet ihr alles, um glücklich zu sein. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr solltet natürlich die beiden Folgen gesehen haben, denn es wird zu Spoilern kommen. Und an dieser Stelle, Michael, ganz großes, großes Sorry. Das tut mir echt voll leid, dass ich dich beim Big Reveal in Folge 4 so gespoilert habe. Aber das war echt keine Absicht. Ich habe extra bei WhatsApp Spoiler geschrieben und dann ganz, 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 ganz viele Leerzeilen eingefügt, bis der Scroll-Balk erschienen ist. Und dann erst geschrieben, was ich unbedingt loswerden wollte. Und ich dachte, wusste nicht, dass das halt in der Vorschau bei dir dann ohne Scroll. Und ich dachte, bei dir steht dann halt mehr lesen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du draufklickst. Das war, ja, das Problem saß vor am Handy. Die Geschichte habe ich schon wieder halb verdrängt. Gut, dass du mich an das erinnerst. Ey, der Tag war sowieso kein guter Tag. Und dann wollte ich mich hinsetzen, um in Westworld zu gucken. Und da kommt eine Nachricht. Ey, hast du das gesehen? Und ich sagte, Alter, nee, nicht wirklich. Ich habe alles vermieden im scheiß Internet, weil wir ja hinterher sind in den USA. Ich lasse mich nicht spoilern durch irgendwelche Webseiten oder Überschriften. Und dann kommt der Honk dahin und spoilert mich in der Vorschau von einer WhatsApp-Nachricht. Ja, das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Aber ich dachte, A, dachte ich, du hast das irgendwie schon geguckt, weil du normalerweise den Kram immer vor mir guckst. Und B, habe ich halt, wie gesagt, gedacht, wenn ich ganz, ganz viele Leerzeichen einbaue, dann nein. Ja. Ich glaube, da müssen mindestens 20 Leerzeichen rein. Und ja, du hast recht, normalerweise gucke ich es immer vor. Aber das ist jetzt der Nachteil von Corona-Zeiten. Wenn man keine Kinderbetreuung hat und im Homeoffice ist, dann haben andere vielleicht Zeit. Aber ich habe sowas von wenig und gar keine Zeit gerade, was echt deprimierend ist. Und das ist wirklich ein Problem, dass wir zwei Wochen hinterher hinken. Man ist das ja schon gar nicht mehr gewohnt. Bei Walking Dead läuft das Sonntagabends unserer Zeit in den USA und Montagabends unserer Zeit dann auf Skyhacken dran. Ja, da kannst du, aber selbst da kam es in der Anigen-Alpha-Folge. Also ich wusste ja, dass es passiert, aber trotzdem. Also das war schon schwierig, da drum rum zu kommen. Und hier mit zwei Wochen Versatz. Boah, also das ist echt hart. Vor allem, weil halt YouTube mich halt kennt und mir natürlich entsprechende Videos halt immer rauslegt. Das ist wirklich, das ist echt eine Kunst. Deswegen an der Stelle also nochmal, sorry, sorry, sorry. Es kommt nie wieder vor. Alles gut, ja. Ich meine, wir haben ja insgesamt ja schon den Vorteil gerade, dass Westworld jetzt nicht mehr der Boom ist, der es mal war am Anfang. Und auch nicht mehr so der Juggernaut ist, wie es in Game of Thrones zum Beispiel war. Und dementsprechend kann man Spoiler noch so ein bisschen vermeiden. So ein Jon Snow, der wieder zurückkommt. Spoiler. Da hat man ja wirklich nichts vermeiden können. Aber jetzt hier Westworld. Nun gut. Und alles vergessen, alles egal, solange du mich nicht bei den nächsten zwei Episoden spoilerst. Vielleicht spoiler ich dich zu Abwechslung, aber du hast ja keine Probleme mit Spoilern, von daher. Ja, nicht ganz so. Das ist die Strafe dafür, dass ich irgendwen mal gespoilert habe, dass Gollum den Ring vernichtet. Ja, das heißt, ich habe es nicht so mit Spoilern. Ich sage mal so, bei so einem Star Wars oder so, was soll da an Spoilern groß kommen? Ja, und dass jetzt Snoke getötet wird, das war ja kein Spoiler, das war ja einfach nur dumm. Das konnte ja auch so keiner sehen. Aber hier der Reveal in Folge 4, das war schon, da habe ich mir schon gedacht, so, what? Einen habe ich ja kommen sehen, aber alle, puh, okay. Aber steigen wir mal ein in Folge 3. Die Absence of Field. Und ich werde versuchen, immer, wenn ich Charlotte sage, meine ich Fake Charlotte. Und wenn ich Charlotte Hale sage, meine ich eigentlich die echte Charlotte. Also versuch das mal so im Hinterkopf zu behalten. In einer kleinen Cutscene erleben wir noch einmal die echte Charlotte Hale, welche kurz für ihrem Tod in der Schmiede noch eine Nachricht an ihren Sohn aufzeichnet. Immerhin, so viel Zeit muss sein, hat sie doch wohl noch einen Rest von Gewissen. In dieser Folge erfahren wir allerdings mehr über die Host-Version von Charlotte Hale. Der Geist fühlt sich sichtlich unwohl im Körper von Charlotte Hale und braucht jede Menge Zuspruch von Dolores. Zwar wissen wir immer noch nicht genau, wer im Charlotte Hale Körper steckt, aber die Hinweise verdichten sich, es könnte sich doch womöglich um Dolores selbst handeln. Woran macht man das fest? Zum einen erkennt Charlotte sofort die Perle von Bernard und wer außer Dolores hat die wohl schon gesehen. Und zum anderen spricht Dolores immer wieder davon, dass sie nur sich selbst vertraue, bald alles wieder so sein wird, wie es einmal war und Charlotte sowieso ganz ihr gehöre. Egal, wer im Körper von Charlotte Hale steckt, die Aufgabe des Hosts ist nicht leicht. Einerseits der Druck von Dolores und die Probleme mit der Eingewöhnung in das Leben von Charlotte Hale, andererseits die Probleme in der Firma. So beginnt Charlotte, sich sogar selbst zu verletzen. Doch auch andere fallen Charlotte zum Opfer. Ein vermeintlich Pädophiler, der sich an Charlotte Hales Sohn ranmacht, wird kurzerhand umgebracht. Eine Tat, die Charlotte geradezu zu genießen scheint und welche sie mit den Worten Danke, jetzt erinnere ich mich wieder, wer ich wirklich bin, quittiert. Wir werden bald erfahren, was das bedeutet. Zu den seelischen Problemen gesellen sich auch noch Soziale und Berufliche. So ist Charlotte das Familienleben der echten Charlotte Hale nahezu unbekannt und auch innerhalb von Delos, wo man sowieso schon einen Maulwurf vermutet, scheint man zu merken, dass mit der neuen Chefin irgendwas nicht ganz koscher ist. Immerhin findet man heraus, wer hinter dem heimlichen Aktienerwerb steckt. Es ist Serac. Und der Verdacht, es gebe einen Maulwurf bei Delos, wird ebenfalls bestätigt. Es ist niemand anderes als Charlotte Hale selber gewesen. Diese wurde von Serac angestiftet, Daten der Besucher aus Westworld zu stehlen. Und es wird spannend zu erfahren, was hinter dem Plan steckt und warum Charlotte Hale dabei überhaupt mitgemacht hat. Jetzt ist auch klar, was das ganze Primborium rund um Maeve in Folge 2 sollte. Alles war nur ein Versuch, an den Entschlüsselungscode für die Besucherdaten zu kommen. Da Serac nun weiß, dass Maeve diesen Code nicht hat, kann ihn nur Dolores haben. Daher stiftet er Maeve an, Dolores zu finden und auszuschalten. Das wiederum bringt nun Charlotte in eine Zwickmühle. Also die Tatsache, dass sie ein Maulwurf für Serac ist. Denn auf der einen Seite muss sie denn weiterhin so tun, als wäre sie auf seiner Seite und gleichzeitig dessen feindliche Übernahme abzuwehren, um den Plan von Dolores nicht scheitern zu lassen. Apropos Dolores, die liegt schwer verletzt in einem Krankenwagen. Da die Sanitäter der Zukunft allesamt ungelernte Hilfskräfte zu sein scheinen, können sie Dolores nicht behandeln, ehe der Computer eine Behandlung vorschlägt. Nur der weiß keine, da ein Host eben nun mal keine menschlichen Vitalwerte von sich gibt und für den Computer wie tot erscheint. Zu allem Überfluss hat die Schießerei der letzten Folge die Rico-App auf den Plan gebracht und schwupps einen neuen Job online gestellt, welcher auch sofort von zwei nicht ganz gesetzestreuen Polizisten angenommen wird. Zwar können Caleb und Dolores auch diesem Attentatsversuch entkommen, aber nun steht auch Caleb auf der Fahndungsliste von Rico. Weil Caleb doch nochmal seine kranke Mutter besuchen muss, ist er ortbar, wird gefangen genommen und muss von Dolores gerettet werden. Eine gute Gelegenheit für die beiden, sich nun mal näher kennenzulernen. Dolores sieht in dem vom Leben enttäuschten Caleb einen potenziellen Verbündeten, zeigt ihm, dass sein Leben gar keinen Sinn hat, denn es ist vom System, also von Reh-Boem, oder wie spricht man das eigentlich aus? Reh-He-Beim oder He-Boom? Reh-Boom ist das, jetzt müssen wir mal drüber reden, wie man das eigentlich ausspricht, sowieso schon vorbestimmt. Mit dem Versprechen, das System zu bekämpfen und eine Revolution anzuführen, zieht Dolores Caleb auf ihre Seite. Folge 4 Mother of Exiles Mutter der Exilanten Da ist er endlich, der William, der Man in Black. Sein Zustand ist leider allerdings nicht der allerbeste. Eingeschlossen in seiner Villa, hört er Stimmen und wird vom Geist seiner Tochter Emily geplagt, welche er im Season 2 im Glauben, dass diese ein Host sei, aus Versehen erschoss. Er hat im Grunde alles verloren und alles war seine Schuld. Doch er wird noch gebraucht, denn seinem Zustand zum Trotz ist er immer noch Mehrheitseigner von Delos. Aber auch hier hat Charlotte eine Idee, um das zu ändern. Denn den Man in Black in eine Anstalt einweisen zu lassen, ist nur ein Teil dieses Plans. Ein weiterer Baustein im Plan Delos zu übernehmen, ist die Abwehr der feindlichen Übernahme durch Sirac. Und dafür muss reichlich Kohle her. Also erleichtert Dolores gekonnt Lian Dempsey Jr. um einen Großteil seines Milliardenvermögens. Wie das ging? Naja, Dolores hätte das nicht geschafft. Nur mit einem Menschen schafft sie das, welcher den Transaktionscode im wahrsten Sinn des Wortes im Blut hat. Hat man in dieser Welt überhaupt noch eine Chance, Überweisungen zu tätigen? Und wie gut, dass Caleb noch ein echter Mensch ist. Derweil suchen auch Bernard und Stubbs nach Liam Dempsey, von welchem sie annehmen, dass dieser von Dolores durch einen Host ersetzt wurde. Als man ihn auf einer Call-Girl-Auktionsparty habhaft werden kann, merken die beiden, dass aber Liam doch durchaus echt ist. Zwar versucht Dolores, die beiden aufzuhalten, doch Liam kann entkommen. Maeve erhält derweil von Sirac mehr Infos zu Dolores' Plan. Er behauptet, dass Dolores den Schlüssel zum Host-Himmel und damit zu Maeves Tochter hat. Zwar wirkt Maeve nicht gerade überzeugt, aber was hat sie schon zu verlieren, was anderes hat sie auch sowieso nicht zu tun und die Serie muss weitergehen, also macht sie sich auf die Suche nach Dolores. Ihr Weg führt sie nach Singapur zum örtlichen Yakuza-Boss. Und dieser entpuppt sich als niemand anderes als Musashi, ein Host aus Shogun World. Doch nicht nur das, in Musashi steckt Dolores. Und in Martin Connell steckt auch Dolores. Und in Charlotte Hale steckt Dolores. Denn wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, macht man es am besten selbst. The End Ja, jetzt kennen wir vier von fünf Hosts. Ja genau, wen haben wir denn alles? Wir haben Dolores mit Dolores. Dann wir haben den Security-Chef von Insight. Martin Connell, ja. Mit Dolores. Ja, wir haben Musashi mit Dolores. Wir haben Charlotte Hale mit Dolores. Und wir haben dann fünf Bernhard, der aber ja eigentlich ein Hybrid aus Bernhard und Arnold ist, weil er ja aus den Erinnerungen von Dolores zusammengestellt worden ist. Es ist ja nicht der Original Bernhard, muss man sagen. Und auch nicht der Original Arnold. Also so viel Korrektheit muss sein. Und der letzte, ja, das ist weiterhin ein Mysterium. Ja, also bleiben wir mal kurz bei Bernhard und Arnold. Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem, weil seine Kugel ja auch eine andere Farbe hatte. Da war ja Rot mit drin. Und Rot ist ja eigentlich die Farbe der Daten, also der Besucherdaten. Aber glaubst du, dass das aus der Dolores Erinnerung ist? Das hat sie doch aus der Forge rausgenommen, oder? Nee, das hat sie ja selber gesagt, irgendwie in Season 2, dass sie ihn so zusammengestellt hat. Ich glaube, in irgendwie einer After-Credit-Szene oder so war das. Ach, aus den Fidelity-Tests oder was? Nee, das war ja das große Mysterium. Weil in der Staffel 1 war ja Bernhard, der getestet, nee, der Dolores getestet hat. In Staffel 2 war es ja genau andersrum, wo wir dann am Ende rausgefunden haben, ah, okay, das ist ja ein Blick in die Zukunft, wo die den Test, wo die ihn quasi einleitet und ihm so alles erzählt oder wie das da abgelaufen ist. Ah, okay, alles klar. Verstehe. Ja, das heißt, da führt also praktisch der, aber das hieße ja, dass es doch durchaus möglich ist, einen echten Menschen, nee, ist es ja nicht, es ist ja nur ein rekonstruierter menschlicher Geist. Es ist ja nicht der echte menschliche Geist von Arnold. Weil echte menschliche Geiste in Hosts zu übertragen, also zumindest wissen wir nicht, ob es funktioniert. Bisher hat es ja mit dem Delos-Gründer, wie heißt er, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, nicht funktioniert. Ford. Ja, nicht Ford, der andere. Ach so, ja, ja, mit dem anderen, ja. Ich habe auch nie sein, ich wollte letztes Mal den Namen nachgucken, ich habe ihn aber nicht mehr nachgeguckt. Egal. Übrigens schön zu dem Reveal mit Dolores, so, dass so ein paar kleine Sachen jetzt so quasi als Brotkrumm hingeschmissen worden sind. Und auch kurz vorher, und zwar diese Brauerei, wo die drin sind, wo der, die Musashi findet, ist die, ich habe es mir aufgeschrieben, Itai Doshin Distillery. Und Itai Doshin ist ein buddhistisches Konzept, was heißt, wir haben denselben Geist, obwohl wir in verschiedenen Körpern sind. Ja, die Buddhisten, die haben auch für alles was, ja. Ja, nur so viel, dass man halt schon ganz viele Hinweise da hingeschmissen hat. Ich meine, hast du in der ersten Folge, in der dritten Folge schon vermutet, dass da vielleicht doch Dolores drinstecken könnte in der Charlotte Hale? Ja, also vermutet, und zwar an einer Stelle bin ich skeptisch geworden. Und zwar als Charlotte diese rote Kugel erkannt hat. Da habe ich mir gedacht, äh, Moment mal, woher weiß denn die das? Also egal, wer es jetzt wenig vermutet hätte, ob das jetzt Teddy ist oder Peter Abernetti oder wer auch immer. Ich meine, Moment mal, diese Kugeln, die kennt nur Dolores. Woher weiß sie das, ja? Da habe ich mir schon gedacht, okay, die anderen Sätze, die ich jetzt für meinen Recap rausgesucht habe, aber die sind mir beim Gucken nicht so aufgefallen. Die sind mir dann im Grunde genommen erst, als ich jetzt für das Recap die Folge nochmal durchgeskippt habe, aufgefallen. Dass sie halt ja eben in Folge 2 sagt, die glaube ich, wenn man den halben Spruch, den ich auf der Arbeit auch immer sage, ja, wenn du willst, dass was richtig gemacht wird, dann mach es selber. Ich glaube, das sagt die, glaube ich, in Folge 2. Und dann eben, es wird alles wieder so, wie es mal war und du gehörst nur zu mir und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Also es sind ja... Aber die anderen Hosts habe ich nicht kommen sehen. Ich konnte ja nicht mehr überrascht werden, als ich es geguckt habe. Deshalb habe ich versucht, so ein bisschen auch so ein paar Sachen hinzuschauen. Es wurde schon, wenn man jetzt nicht gedacht hat, dass sie vielleicht einer von diesen anderen Banditen da gewesen wäre, die die reingesetzt hat, ich glaube, die Clementine, dass sie vielleicht nicht Clementine in Charlotte gewesen wäre, dann ist es schon stark in die Richtung gegangen. Ja, absolut. Ich meine, trotzdem eine Frage habe ich. Also Martin Connell macht Sinn. Das ist ja dann auch eher der Wyatt, die Wyatt-Ausprägung von Dolores, die da drin steckt. Für alle, die es nicht mehr wissen, Dolores ist ja mal ein bisschen gemerged worden in ihrem Charakter, nämlich mit der unschuldigen Farmers-Tochter und dem Revolverhelden Wyatt aus Westworld. Also die Dolores, die wir jetzt kennen, ist durchaus auch schon so ein Hybrid-Host. Aber sag mal, warum ist Musashi noch Musashi? Das habe ich nicht verstanden. Also warum hat die den Sato, also den Yakuza-Boss, den wir ja nicht gesehen haben, nicht ersetzt, sondern warum hat sie ihn mit dem Musashi ersetzt? Und da ist mir dann aufgefallen, dass der Musashi hat es dann zu Maeve sagt oder Maeve ja vorwirft, sie hätte ihn zum Sterben zurückgelassen. Und das stimmt ja nicht. Also sie wollte ihn ja mitnehmen und er hat sich entschieden zu bleiben. Das kriege ich nicht zusammen. Also entweder ist Maeve immer noch in der Simulation, in der Simulation, aber dann wäre das komisch, dass in der Simulation in Musashi Dolores steckt. Und dann habe ich aber nicht verstanden, warum hier jetzt der Yakuza-Boss ein anderer ist. Das habe ich nicht ganz gerafft. Gute Frage. Vielleicht hat Dolores da ja auch einen Coup gestartet und hat dann Musashi einfach genommen, weil sie halt den Blueprint von ihm hatte. Ja, keine Ahnung. Das könnte ich mir eher vorstellen. Und ja, weil man den Schauspieler weiter benutzen will. Ja, okay, das heißt, du meinst, dass, ja, wäre es eine Serie, deren Namen wir hier nicht aussprechen, würde ich dir vollkommen recht geben. Aber hier hat alles eine Bedeutung. Ich weiß, hier ist alles so klein drin, dass ich gleich noch ein Easter Egg, der ist wunderbar. Den habe ich gelesen, den halte ich mir für später auf. Aber ja, hier wird wirklich vieles, vieles angeteasert. Selbst wenn wir mal zu Charlotte Hale gehen, die dann bei ihrem Sohn, ich glaube, Nathan heißt er, ist, in dem Bett, wo Nathan drauf liegt, liegt er auf dem Kissen, auf dem Pfeile zu sehen sind. Und die Pfeile sind auch im Intro auf diesem bösen Computer zu sehen. Ja, und nicht nur das, ich habe die Pfeile mal recherchiert. Dazu kommen wir aber später gleich. Schreibt dir das mal bitte auf. Ich möchte noch ganz kurz bei diesem Reveal bleiben, weil jetzt haben wir damit angefangen, sonst springen wir zu sehen. Ja, klar. Aber über die Pfeile können wir auf jeden Fall gleich noch sprechen. Der Jonathan Nolan hat was Interessantes gesagt, nämlich zu dem Reveal, dass die Frage, die hinter allem steht, sind zwei Kopien derselben Person noch dieselbe Person, wenn sie unterschiedliche Wege gehen? Oder wird Charlotte Hale-Host durch das Vorgeben, Charlotte Hale zu sein, immer mehr zu Charlotte Hale? Oder sind es schon von Beginn an unterschiedliche Personen? All das sind Dinge, mit denen wir in dieser Serie ein bisschen rumspielen. Ich finde das eine super interessante Fragestellung, vor allem im Hinblick auf eine Serie, deren Namen wir hier nicht nennen, von der ich mir sicher bin, dass sie mit dieser Fragestellung nichts anfangen werden, aber auch gar nichts anfangen werden. Umso mehr freue ich mich, dass hier in dieser Staffel diese Fragestellung, die ich total geil finde, anscheinend eine zentrale Rolle spielt. Also ist Dolores... Ja, aber ein Pendant zu der Serie, über die wir nicht sprechen wollen. Die haben ja durchaus ganz viel mit diesem Konzept der Identität gespielt in anderen Serien des Franchises, und zwar mit dem Mirror-Universe, wo einfach unterschiedliche Entscheidungen auch zu unterschiedlichen Personen führen. Und das ist es, glaube ich, ja klar, es ist die große Frage der Identität. Würden wir zurückgehen und an irgendeinem Punkt in unserem Leben eine andere Entscheidung fällen, oder würden wir uns jetzt kopieren und würden verschiedene Wege gehen? Wären wir dann nicht automatisch zwei unterschiedliche Menschen? Würde das nicht auch bedeuten, wenn man es jetzt mal ins Religiöse reinbringt, dass es zwei Seelen gibt? Naja gut, es kann ja nicht zwei Seelen geben, weil das ja eine rein hypothetische Geschichte ist. Zumindest im Moment kann noch niemand... Also sagen wir es mal so, für mich in meiner kleinen, nicht großartig philosophisch geprägten Welt, das wäre mal ein Thema für den Andreas vom Discoverycast, der hat ja Theologie studiert, aber der weigert sich ja die Serie zu gucken. Der guckt ja lieber die Serie, der shall not be named. Und also in meiner Welt wäre ein Klon von mir jemand anders. Wenn man jetzt aber sagt, dass Beamen so funktioniert, dass du praktisch einmal getötet wirst und woanders wieder zusammengebaut wirst, was ist dann mit dem Zusammengebauten? Ist dann was Neues oder was anderes? Naja, das ist die ganz alte Frage, deshalb wollte McCoy sich ja auch nie beamen lassen. So rum war es. Deshalb hat er ja auch immer Probleme mit dem Beamen, weil rein theoretisch, ja, wird sie getötet, um mit deinen Informationen woanders wieder neu aufgebaut zu werden. So, ich glaube, wie ist es, das Prinzip der Quantenverschränkung ist das ja irgendwie, dass zwei Partikel die Informationen zusammenhängen können. Und rein theoretisch, ich meine, wir bestehen aus Informationen, aber wenn man diese Informationen kopiert, ist es irgendwie trotzdem nicht mehr das Original der Information. Das ist halt nur eine perfekte Kopie der Information. Und dann ist ja die Frage, ist das digital oder analog? Gut, in dem Fall ist es dann digital. Also, es gibt auch, glaube ich, Star Trek-Folgen, da spielen die auch mit dem Gedanken. Ich glaube, bei Voyager ist das, wo die ein Volk treffen, die sich immer durch Klonen heilen, aber halt die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie wird über die Jahrhunderte halt immer schlechter. Da hatten sie, glaube ich, auch noch nicht. Ich glaube, es war Voyager. Aber gut, wir sind jetzt hier bei Westworld. Also, das ist bei Stargate, die... Oder bei Stargate war das. Das Volk von Thor. Ja, das Volk von Thor. Genau, stimmt. Die haben sich ja immer weiter geklont bis zu dem Zeitpunkt, wo die Klone, so die genetische Information so generiert ist, degeneriert ist, dass die sich quasi nicht weiter klonen konnten. Die Asgard. Die Asgard, stimmt. Jetzt bleiben wir aber mal bei Westworld. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Fragestellung zwar extrem interessant, aber in Bezug auf Charlotte Hale ehrlich gesagt nicht passend, weil was ich nur bedingt nachvollziehen kann, ist, dass ich jetzt aus einem künstlich geschaffenen Hostkörper, der einfach nur aussieht wie Charlotte Hale, mit einem Geist von Dolores drin, dass jetzt, also dass diese, dass dieser Host mit dem Geist von Dolores im Körper von Charlotte Hale irgendwann perspektivisch zu einer anderen Person wird, weil sie andere Dinge erlebt, okay. Dass dieser Host aber jetzt, so wird es ja suggeriert, ein Identitätskonflikt zwischen einer Resten, einer echten Charlotte Hale und, das verstehe ich nicht, also wo soll denn die echte Charlotte Hale herkommen? Ich kann es mir nur so vorstellen, dass die den Host und die Erinnerungen für die Kopie aus der Forge genommen haben, die haben ja selbst auch für Charlotte Hale die ganzen Daten gesammelt, die sie in Westworld gesammelt haben, dass sie das irgendwie miteinander vermischt haben und so wirklich Fragmente der Persönlichkeit, nicht Charlotte Hale, sondern die Persönlichkeit von Charlotte Hale wieder durchkommen. Ja, ist eine interessante Fragestellung. Ich bin gespannt, ob es da noch mehr eine Antwort drauf gibt. Also da war ich wirklich mal interessant. Jetzt abgesehen davon, dass ich... Ich meine, Evan Rachel Wood als Dolores macht schon ihren Job super. Die hat das Schauspielern in verschiedenen Charakteren absolut drauf in diesen drei Staffeln. Aber hier werde ich immer mehr zum Fan von Tessa Thompson, die Charlotte Hale, den Körper von Charlotte Hale spielt, weil der Dolores Charlotte Hale-Klon und Charlotte Hale, was man in Zwischensequenzen sieht, ist so unterschiedlich und so verschiedene Persönlichkeiten und auch die Art, wie es so rüberkommt, dass man Tessa Thompson absolut abnimmt, dass sie zwei unterschiedliche Persönlichkeiten spielt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin von den Schauspielern grundsätzlich sehr angetan. Kurzer Exkurs zur Rachel. Die macht sich ja sehr stark als Aktivistin gegen häusliche Gewalt. Und weil sie das ja selber auch erlebt hat. Und ich bin wahrscheinlich, hat der YouTube-Algorithmus gemeint, und mich interessieren jetzt eben auch dann irgendwie zusätzliche Infos über Schauspieler zu Westworld. Und es gibt zwei, drei, vier Ausschnitte von dem Hearing und auch zwei, drei Interviews, wo sie darüber spricht. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist, es sind, also man kennt es, man hat sicherlich schon viele Opfer gehört, ich will das überhaupt nicht verharmlosen, aber so wie sie es darstellt, alter Verwalter, das ist, da kriegst du Gänsehaut im negativen Sinne. Ja, leidest du mit ihr nochmal, wenn sie das erzählt? Also das ist, die Frau hat wirklich eine harte Lebensgeschichte und Erfahrungen in Hinsicht und diese Selbstzweifel, wie sie das schildert. Und ich komme nicht umhin, jetzt die Rolle der Dolores auch durchaus ein bisschen, es ist vielleicht etwas übertrieben, jetzt da autobiografisch zu sagen, aber vielleicht auch nicht völlig von der Hand zu weisen. Weil auch eine Dolores ist ein missbrauchter Charakter und wer wüsste es besser als sie? Leider. Ja, klar, die überzeugten, die besten Schauspieler nehmen ja auch, je nachdem welchen Ansatz man nimmt, etwas von sich mit in die Rolle rein und leben ja diese Rolle. Und man weiß selber, wenn man vielleicht in irgendwelchen Spielen oder vielleicht mal Rollenspiele gemacht hat, wenn man ein Stück von sich da mit reinnimmt, dann macht das alles viel einfacher und überzeugender, was man da hat. Und wenn es gerade so eine tragische Hintergrundgeschichte ist, dann vor allen Dingen, und jetzt besonders auch aktuell in Corona-Zeiten, wo wir ja alle immer wieder hören, dass gerade diese Isolation zu extremer häuslicher Gewalt führen kann. Ja, also da wirklich meinen höchsten Respekt wirklich davor. Und ich finde auch, dass man, wenn du es einmal dann weißt, und wie gesagt, ich habe die Folge ja nochmal geschaut, oder zumindest nochmal durchgeskippt, dann macht es die Charlotte Hayes-Schauspräne ja schon sehr gut. Also man kann dann auch eine Dolores, wenn man will, darin erkennen. Ich war sehr früh davon überzeugt, dass es kein männlicher Charakter ist, weil sie dann doch sehr schnell mit ihrem Mann geschlafen oder Ex-Mann geschlafen hat. Da dachte ich mir, okay, Peter Abernetti kann es schon mal nicht sein. Und Teddy auch nicht. Da war ich ziemlich schnell sicher, dass es die nicht sind. Aber es hätte ja immer noch, wie heißt die andere, die Blonde da? Ich komme gerade nicht drauf. Clementine. Nee, nicht die, ja. Nee, Clementine war die andere. Eine andere. Ja, genau. Also weißt, wie ich meine. Und also, von daher, ja. Aber auf den, also ich habe es nicht kommen sehen, dass Dolores in allen steckt. Absolut nicht. Es hat mich, da saß ich wirklich von Vans so, what? Okay, krass. Okay. Und ich muss auch sagen, abgesehen davon, dass ich die gespoitert habe, das war aber bockstark inszeniert, oder? Das war wirklich auf den Punkt. Alle Charakter waren genau in dem Moment da, wo sie sein mussten. Und es fühlte sich extremst organisch an, wie sie da hinkamen. Es fühlte sich nicht irgendwie, ah, Wunderreise und keine Ahnung was, sondern es fühlte sich extremst organisch an, wie sie da hingekommen sind. Ich weiß nicht, ob es mich am Ende so überrascht hätte. Vor allen Dingen, weil es ja subtil in vielen Szenen schon angedeutet wurde. Ich glaube, ich hätte nicht, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich nicht gesagt. Aber es ist trotzdem ein schöner Twist, weswegen ich Westworld auch so liebe. Weil die einfach mit diesen Twists arbeiten und die wunderbar reinbringen und nicht um des Twists willen, dass sie mit reinbringen, sondern wie du es gerade schon gesagt hast, das organisch in eine Geschichte einweben. Ja. Ich bringe noch eine weitere Theorie. Ich habe ja gerade eben gesagt, warum ist Musashi Musashi? Und warum kann er sich nicht korrekt daran erinnern, was eigentlich mit ihm passiert ist? Wie gesagt, was ich nicht unterbringe in dieser Theorie, ist, dass Musashi Dolores ist. Das bringe ich da nicht unter. Aber wenn man den Fakt mal außen vor lässt, und vielleicht wird uns ja irgendwas vorgegaukelt. Glaubst du, und jetzt kommen wir zum nächsten Charakter, glaubst du, dass Serac echt ist? Oder ist Serac das System? Denn wenn Maeve immer noch in der Simulation einer Simulation ist und Charlotte Hale hat ja auch nur ein Hologramm über diese Brille gesehen, vielleicht ist der Serac gar nicht echt. Naja, dieses Matrix in der Matrix Phänomen hatten wir ja schon letztes Mal so ein bisschen besprochen. Und ich weiß nicht, ob dieser Reveal zu einfach wäre, um den zu bringen. Andererseits, dadurch, dass er logisch ist, wäre es auch sinnvoll, das mit reinzubringen. Ich weiß, dass die Macher von Westworld sich manchmal doch ein bisschen durch die Dinge, die die Fans in ihren Theorien verarbeitet haben, davon überzeugen lassen haben, vielleicht doch eine andere Richtung zu gehen. Aber dieser Matrix in der Matrix-Richtung allein durch das Framing-Device, dass wir immer wieder diesen Bildschirm von dem Reboam, oder wie er jetzt heißt, sehen und sehen, dass es eine Divergence, eine Abweichung, das suggeriert schon ganz so ziemlich, dass wir uns vielleicht doch in einer virtuellen Welt befinden. Und der Serac hat ja auch gesagt, in dem Computer ist ja theoretisch auch, oder werden theoretisch, wird eine andere Welt nochmal simuliert, um die Wege der Persönlichkeiten festzuhalten. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass wir hier wieder zu einem Punkt kommen, wo vielleicht ein Teil der Story, den wir gesehen haben, sich wirklich in der virtuellen Welt in dem Computer gerade abbildet. Und genau darauf wollte ich hinaus, wo wir also in der zweiten Staffel unterschiedliche Zeitebenen hatten, könnte es ja sein, dass wir in dieser Staffel unterschiedliche Realitäten haben, nämlich vielleicht die Simulation, in der vielleicht Maeve ist, oder Dolores, oder umgekehrt, wer weiß es. Und dass wir halt da eben verschiedene Dinge sehen, das könnte ich mir auch durchaus irgendwie vorstellen, dass es da also noch ein Rebie gibt. Also ich hoffe, dass es jetzt nicht... Vor allen Dingen, wenn dieser Computer, wenn dieser Übercomputer gesehen hat, oder vielleicht vorausgesehen hat, dass es eine Katastrophe in Westworld geben wird, und dann die Schritte von Dolores schon vorher nachvollziehen möchte, indem er das einfach alles simuliert, und ihr dann damit zuvorkommt. Vorausgesehen und Katastrophe ist schon mal ein gutes Stichwort, Stichwort, denn ich wollte mit dir über diese Atomexplosion sprechen, die man da sieht. Paris. In Paris, genau. Also was ich jetzt wirklich kacke fände, das würde mir wirklich durchaus einen Spaß an der Serie verleihen, aber ich glaube, so doof sind sie nicht. Das ist, dass die Menschheit jetzt wirklich, also dass das wirklich Matrix ist. Die Menschheit ist schon längst zugrunde gegangen, und alle leben nur noch in so einer Matrix. Ja, ich glaube, so wird es nicht sein. Es macht schon Sinn, was der Sarek uns da erzählt, dass er das Ganze geschaffen hat, und auch diesen Computer geschaffen hat, damit sowas nie wieder funktioniert. Ich meine, selbst... Gehen wir wieder zurück zu Oppenheimer und seinen berühmten Spruch, wie ging er nochmal? Ich bin der Zerstörer der Welten, nachdem er die zerstörerische Kraft der Atombombe gesehen hat, so ungefähr, besagt, die Sage. Also, ich kenne den Satz, Now I become deaf, the destroyer of worlds. Das kenne ich. Genau, genau. Ja, 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 das ist es so. Und, ähm, na ja, letztendlich, wir Menschen haben dieses Wesen der KI, der künstlichen Intelligenz geschaffen, und der Technik, und jetzt müssen wir Pandoras, jetzt schaffen wir es nicht mehr, den Geist zurück in die Flasche zu bringen, jetzt ist Pandoraks Box geöffnet, und jetzt müssen wir irgendwie damit leben. Und auch er, der Zarek, hat scheinbar Pandoras Box geöffnet, und vielleicht ist der Original Zarek, wie du es gerade schon gesagt hast, schon längst dem zum Opfer gefallen, und die Maschine hat eigentlich die wirkliche Kontrolle. Übrigens, am 9., äh, 10.9.2025 würde ich mich für den Paris vielleicht mal fernhalten. Also nur so für alle Fälle. Ja, das ist ja auch nicht so ideal für unsere Ecke. Ich glaube, einiges von dem Fallout würde sicherlich auch hier irgendwie rüberziehen. Wenn die Winde ungünstig stehen. Das Wetter kommt von Westen, also hier, ähm, dieses, äh, wie heißt das, äh, dieses Schrott-Atomkraftwerk in Belgien. Ähm, ja, äh, ja, Tihange. Tihange, genau. Also, wenn das hochgeht, und ich sag mal so, ich, dann sind ja positive Schätzungen, also Aachen kannst du dann knicken, so Kreis Heinsberg und so, gut, braucht jetzt auch keiner, äh, äh, Korschebroich und so, ja, das wird ja letztens wieder langgefahren, was will man da, ähm, nein, aber, also Düsseldorf wäre schon so, hart an der Grenze, also, laut offiziellen, statt Reichweiten-Statistiken von so einem Fallout, also kannst du inoffiziell davon ausgehen, Düsseldorf ist auch platt, ja. Ja, Köln aber auch, ja, also von daher, ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal einen kleinen, und ich hab's vorhin schon gesagt, die Serie hat ihre Hinweise, der Mensch, den Dolores da ausknockt, um an sein Blut zu kommen, der heißt Mr. Anderson. Ich möchte's nur mal erwähnt haben, ja? Ja, ja. Für alle, die jetzt nicht mit der, hinterherkommen und diesen, über 20 Jahre alten Film nicht gesehen haben, äh, Matrix-Neo-Mr. Anderson. Genau. Also, nur, dass ich dahinter ihr sagen kann, ich hab's gewusst. Ja, ähm, wir haben gerade über Serac gesprochen. Warum arbeitet Charlotte Hale für Serac? Mmh, kann ich mir aktuell auch noch nicht erklären. Ist es vielleicht doch so eine Doppelagentsache, dass sie das rausfinden will? Du hast in deiner Zusammenfassung erwähnt, dass Charlotte Hale ja jetzt als Maulwurf identifiziert wurde, aber es muss neben ihr noch einen anderen Maulwurf geben. Sie kann nicht der einzige sein. Sie ist der eine, der Informationen rüberbringt, aber es gibt mindestens noch einen anderen, der zum Beispiel Maeve rausgeschmuggelt hat. Das stimmt. Also, sagen wir es mal so, man ist dem Maulwurf auf der Spur und dadurch, dass sich Charlotte seltsam verhält, kann es halt sein, dass sie bald fällig ist. Eine zweite Sache, die du in deinem Recap gesagt hattest, äh, dass dir nicht klar war, was Serac jetzt am Ende will oder was sein Plan ist. Aber das hat er ja selber offenbart. Er will ja die Welt verbessern durch seine KI, durch seinen, er möchte ja nicht, dass sowas wie Paris wieder vorkommt, und das durch Missverständnisse oder was immer da passiert ist, äh, die Menschen sich selber zerstören. Also möchte er die Menschen unter Kontrolle bekommen. Und der Plan, warum er dann an die Daten aus Westworld rankommen möchte, ist, um sein eigenes System zu verbessern. Weil dieser Rechner kann zwar Menschen simulieren, aber ihm fehlt halt quasi die Big Data, die richtigen Daten, die er dafür haben muss, um das auch noch cleverer zu machen. um sein Maschinenlernen zu verbessern. Und die braucht da den Ressourcenpool, um den in den Roboam da reinzupacken und dann letztendlich die komplette Kontrolle über die Welt zu bekommen. Ah, aber das ist aber, ich meine, ich denke jetzt wieder als Marketingmann und denke an die Zielgruppe, die in Westworld Urlaub macht, die jetzt, weiß Gott, nicht repräsentativ ist. Es muss ja auch vielleicht nicht. Vielleicht hat er die Leute so wie so ein Caleb schon genug unter Kontrolle, weil wir wissen ja auch alle, die wir Google und Co. nutzen. Wir nutzen, weil es umsonst ist, weil es gratis ist und weil wir für uns vielleicht die guten Dienste nicht alle leisten können. Um eigene Privatsphäre zu schaffen, machen wir das, das, das komfortable Erlebnis, Convenience geht uns vor Privatsphäre und deshalb teilen wir der Welt sowieso schon alles mit. Vielleicht ist es bei der, den oberen 1% schon ein bisschen problematischer. Vor allen Dingen, die, die die Kontrolle haben, die lassen sich vielleicht nicht so einfach in die Karten schauen. Das mag ja vielleicht sein. Ja, New World Order, sei ich da nur, ja. Caleb hast du gerade gesagt. Wollen wir mal zu Caleb gehen. Ja, Caleb ist ein perfektes Anagramm. Jetzt, was, 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 ich meine, ich meine, sein Name hat eine Bedeutung. Ja, die sind in dieser Szene, wo Dolores mit ihm in dem Diner ist, ist das in der Tech-Ecke von, was war das, San Francisco oder wo die da, Los Angeles, wo die da unter sich sind und die wird Silicon Beach genannt. Silicon Beach ist ein Anagramm für, wie heißt er nochmal, Caleb, Caleb Nichols, Caleb Nichols, genau. Ah, und Caleb Nichols heißt, mit dem ganzen Herzen zum Sieg des Volkes. Mhm. Das bedeutet der Name. Also Caleb heißt mit, 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 ich glaube, mit ganzem Herzen und Nikolas ist auch halt eine Abwandlung von irgendwas und das heißt dann zum Sieg des Volkes. also Namen sind ein Riesending. Auch da wieder mit dem Pfeilen gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also jetzt bleibe ich, bleiben wir mal bei Caleb. Also Caleb, wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, ist ja eigentlich das menschliche Pendant zu einem Host, der ja auch in seinem Loop ist. Und nicht nur das, seine Zukunft ist ja schon geschrieben. Jedenfalls in den Bahnen, wie die Welt da gerade gelenkt wird. Ja. Ich habe mal gepaust und habe mir mal seine Akte angeschaut. Und da wird also innerhalb von der nächsten 10 bis 12 Jahre ein Selbstmord vorausgesagt. Sein Social Score liegt bei 2,7, wobei nicht gesagt wird, was die Obergrenze ist. Heirat wird nicht empfohlen und, und das ist sehr interessant, Kinder nicht genehmigt. Hm. Ja, also vielleicht. Ja, und da sind wir wieder bei der Divergence, die ja immer in diesen Zwischensequenzen von dem Computer geheighlighted werden. Ähm, vielleicht ist er das unberechenbare, ja, der unberechenbare Faktor, der Chaosfaktor in diesem ganzen Ding, den er, den der Computer unter Kontrolle kriegen muss und dem er das entsprechend so steuert. Ja. Er taugt auch, so sagt das System weiter, beruflich nur auf eine 3,6. Und er ist nur geeignet für körperliche Arbeit und eingeschränkten sozialen Kontakten. Hm. Also halten wir die Bevölkerung dumm, dann können wir mit denen machen, was wir wollen. Ah. Das ist aber hier eine ganz fiese Verschwörungstheorie, was sieht der Hälsern hier von der Umvolkung. Ja, das ist Felges hier. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es so ein Job ist, dass man Verschwörungstheoretiker irgendwie zum österreichischen Dialekt nachmacht. Da bin ich nicht der Einzige, der das macht. Das machen andere auch. Aber vielleicht liegt es daran, dass es halt auch wirklich so, naja, nicht alle, aber bei vielen halt so ist. Letztens war beim, hier, erinnerst du dich noch an Holger Kreimeier, den wir mal zum Spectre-Review da hatten, mit Mario? Ja. Der hatte letztens bei sich in der Show, was ein Geschmack, einen Flat-Earfer. So, so einen ganz dörfen Charakter. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ja, nö. Und ich muss auch sagen, an alle Ostdeutschen, die uns jetzt hören, sorry, dass ich weiß, dass das ein ganz, ganz richtiger, scheiß nachgemachter, arroganter, Wessi-Ossi-Dialekt ist, der mit dem Original eines schönen Dresdner Dialekts nichts zu tun hat. das Forever Nerd Girl hat ja mal eine Weile in Dresden gewohnt, beruflich, und dann habe ich sie ein paar Mal besucht, und da habe ich mal so richtige Hardcore-Dresdner gehört. Und ganz ehrlich, das, da gibt es auch, da wo ich herkomme, aus Monum, der Dialekt ist a scheiße, ja, also sagt mal so, ich finde den super, aber mei, ja, aber das ist, das ist gar nicht so doof, wie sich das anhört, also von daher, wer uns aus den, aus den Bundesländern Sachsen und Thüringen oder Sachsen-Anhalt und so zuhört, dann sorry dafür, wir machen den ganz, ganz schlecht nach, und ich meine, wir Hochdeutschen hatten ja schon das Glück, irgendwie hier geboren zu sein, und ich sage trotzdem immer noch, wech und ist gut oder sowat, oder sowat, ja, wie Ecke Münsterland, wie das da rauskommt, deshalb, ihr könnt gerne auch Witze über uns machen. Ja, ich habe ja, ich habe ja früher, früher TM, damals Trademark, habe ich, als die Fußbräuys noch im Fernsehen kamen, da habe ich die echt nicht verstanden, da habe ich aber auch noch nicht hier oben in Nordrhein-Westfalen gewohnt, aber als die Fußbräuys im Fernsehen kamen, habe ich die nicht verstanden, das war mir nicht, Ja, habe ich auch immer noch Probleme, teilweise es zu verstehen, also, gut, wir schweifen etwas ab, also wir waren bei Caleb, und bei dem, dem Leben von Caleb, das also vorgeschrieben ist, und von daher kann ich seine Motivation, nachdem er das gesehen hat, unter der Voraussetzung, dass es echt ist, und nicht von Dolores gefakt, kann ja auch noch sein, ja, kann ich seine Motivation zu sagen, ja, fuck the system, absolut nachvollziehen. Ja, allerdings sagt er an irgendeiner Stelle, und das ist wieder so ein Matrix hinweist, you are the first real thing, that has happened to me in a long time, also da spielen wir wieder mit dem, das ist Realität. Ja, 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 vielleicht ist, ich habe mir auch gedacht, er sieht sein, er hat ja Flashbacks von seinem eigenen Selbstmord, also naja, was, nein, also, nein, er hat Flashbacks von sich, wie er auf der Brüstung im Meer sitzt, so rum, noch sieht man ihn nicht springen, okay, vielleicht ist Caleb ja, also, vielleicht ist ja Maeve in der richtigen Welt, und Dolores nur in der Matrix, oder so, ja, deshalb sage ich ja, vielleicht hat der Computer, vielleicht simuliert der Computer sie, oder hat es geschafft, eine Kopie, auch hier wieder, vielleicht hat er es geschafft, eine Kopie von Dolores in sich hineinzuladen, oder vielleicht hat Dolores geschafft, eine Kopie von sich in den Computer reinzuladen, wurde aber so verwirrt, dass sie denkt, dass sie in der Realität ist, und am Ende übernimmt sie trotzdem den Computer. Das könnte ich mir fast eher vorstellen. Ja, ich glaube, so komplex ist das, das Problem ist mit diesen ganzen Theorien, meistens sind die nicht so komplex, wie man es sich ausmalt, meistens ist es viel, viel einfacher. Ja, also, ein paar Dinge, also, Dolores hat Zugriff auf das System, aber sie kann es nicht ändern, das könnte wohl nur dieser Serac, so, immerhin, einer kann es wohl, es wird ja auch, als der Martin Connell noch echt ist, sagt er ja auch dem Liam Dempsey, dass irgendjemand seit kurzer Zeit dauernd versucht, ins System einzudringen. Das wird auch erwähnt, glaube ich, in der ersten Folge oder so. Vielleicht war das ja Dolores, ja, also, es schwingen einige Sachen mit, ob Caleb vielleicht schon lebt, ich meine, dass er jedes Jahr dahin geht, in den Diner, das ist ja fast mehr oder weniger auch wie ein Loop, ja, und so weiter, also, das ist schon, ich meine, es hat so viele Anleihen, ja, wenn man so richtig in den Deutschlehrer-Modus geht, dann könnte ich sogar noch ein Christmas Carol reininterpretieren, wo die Geister, ja, also die Vergangenheit und die Zukunft zeigen, also, er gibt also wirklich auf so vielen Ebenen Dinge, die man sehen kann, ich weiß nicht, ob ich zu viele reininterpretiere. Ja, ich glaube, es ist schon, ich glaube, sie versuchen dadurch noch dieses Menschliche und das Gefangensein in seinem eigenen Leben noch ein bisschen mehr zu betonen, weil viele fühlen sich ja mit so einem 9-to-5-Job ja auch gefangen in einer Loop und wenn man das mit dem Otto-Normal-Verbraucher, mit dem Otto-Normal-Arbeiter, der im Fließband steht oder der jeden Tag seine Sachen in den Computer eintippt oder seine Wireframes baut, vergleicht, dann ist es schon, wird eigentlich dadurch das Menschliche noch mehr hervorgehoben, weil einerseits brauchen wir unsere Routine, andererseits fühlen wir uns von unserer Routine aber auch oft gefangen. Also, mir ist selten bewusst geworden, dass man seine Routine braucht, aber ich merke es jetzt, dadurch, dass du bist ja in Kurzarbeit, wir nicht. Wir gehen ganz normal ins Büro, wir haben das so organisiert, dass wir die Schreibtische weit auseinandergestellt haben, die Kollegen, die Kinder betreuen haben, die können Homeoffice machen, wenn sie wollen, also von daher, und die Brogger, die sind eh zu Hause, weil die sind, weil Brogger halt, ne, so. Aber ich sag mal, die Mehrheit der Belegschaft ist eigentlich da und ich merke auch im Gespräch mit anderen Agenturen, dass die wesentlich entspannter bei uns sind, als bei den anderen, die schon seit vier Wochen, fünf Wochen im Homeoffice hocken. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich hocke auch jetzt seit fünf Wochen im Homeoffice und ich würde auch gern nochmal wieder richtig raus. Einerseits ist es hier bei mir essentiell, weil wir einfach die Kinderbetreuung hier zusammen uns teilen müssen, solange die blöden Kitas noch nie wieder aufmachen, was ja auch schon eine gute Sache ist, andererseits auch eine gute Sache ist, dass sie nicht aufmachen. Man versinkt in der Routine hier im Haus und kommt schlecht raus. Das ist also von dem Arbeitsalltag, den man sonst hat, noch die kleinere Variante, noch die eingeengtere Bubble, die man hat. Deshalb freut man sich dann wieder über das Große, dass man wenigstens einmal den, auch wenn man täglich seine zwei Kilometer, ich meine zwei Kilometer zur Arbeit hin- und zurückkommt, man kommt aus dem Haus raus und die Routine, der Loop ist größer und je größer der ist, fällt einem das nicht so auf, wie so ein kleinerer Loop, wenn man im Homeoffice gefangen ist und diese Isolation macht schon was mit einem. Andererseits müssen wir sagen, wir klagen ja auch hier wieder auf extrem hohem Niveau. Auf sehr hohem Niveau, ganz genau. Ja, First World Problems. Irgendwer hat letztens einen älteren Menschen interviewt und der hat gesagt, ja, kommen Sie da mit der Isolation? Klar, ich habe mehrere Kriege erlebt, das ist ja alles nichts. Ja, ich kann an der Stelle, heute schweifen wir mal extremer, aber scheiß drauf. Ich kann an der Stelle auch eine, also ich kann euch einen Podcast-Channel empfehlen vom WDR und zwar zwei WDR-Channel kann ich euch empfehlen, also ich kann euch viele WDR-Podcast-Channel empfehlen, aber zwei ganz besonders, drei, okay, also zum einen dem mit Quarks, weil der heute den Sebastian Sonntag von Discovery Panel, dem kann man immer zuhören, grundsätzlich, Punkt. So, dann meine ich aber eigentlich und jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob es der WDR-Hörspielspeicher oder der WDR-Feature-Speicher ist, eins von beiden. Ich glaube, es ist der Feature-Speicher in dem Fall. Da gibt es eine vierteilige Serie, eine halbe Stunde, die heißt Nie wieder Krieg, Kindheitserinnerung aus der Endzeit des Krieges, aus Zweiten Weltkrieges. Hochspannend, hochemotional, da kriegst du auch Gänsehaut vom Zuhören, wenn die Leute erzählen, wie das damals war, so ich sag mal November 45 bis Sommer 5, November 544 bis Sommer 45, sowas mit dem Dreh, ergehen die Erzählungen und das ist also wirklich hochspannend und zahlst so ein bisschen auf das ein, was du halt gerade eben so gesagt hast, also auf hohem Niveau jammern und wir haben Krieg erlebt und so weiter. Also, okay, zurück zu Caleb, komm, zurück zu Caleb. Apropos Mutter, ein Gedanke, der mir kam, vielleicht ist die Mutter ja gar nicht seine Mutter, vielleicht ist die Frau ja gar nicht dement. Der geht einfach, weil er halt ein Freak ist zu irgendjemandem und sucht einen Mutterersatz und die Frau ist gar nicht dement, wie uns Glauben gemacht wird, sondern das ist einfach irgendeine Random, aber andererseits, dann würde er ja dafür nicht bezahlen, dann würde er einfach ins Krankenhaus gehen und zu irgendjemandem hinlatschen. Ja, okay. Ja, vielleicht sind das auch wieder Erinnerungen, die in irgendeiner Art und Weise einprogrammiert wurden, sind oder eingepflanzt worden, sind, weil das ist schon teilweise doch schon ein arges Klischee, warum der da sitzt. Dann ein Punkt, den ich sehr interessant fand, als er entführt wird, da wird ja dann der Chip in seinem Mund deaktiviert und ist das das Zeug, was der reiche Typ in der ersten Folge schluckt oder halt eben nicht schluckt, um zu schlafen? Sind das diese Chips, die man sich da in den Gaumen steckt? Ja, das ist irgendwas, aber wurde der Chip nicht benutzt, um ihn zu foltern erstmal? Ich dachte, ich hatte so verstanden, dass der Chip deaktiviert wird, weil der Chip ihm halt immer irgendwelche Stimuli gibt, die ihn sich besser fühlen lassen und jetzt stellen sie das ab und dann merkt er eigentlich, was für eine arme Saue er eigentlich ist. Und bei den Reichen... Ich habe verstanden, dass sie ihn irgendwie extra aktivieren, damit er gefoltert wird. Okay. Und bei den Reichen gibt es ja extra diese Droge, die alles abschaltet, sodass man sich fühlt, als wäre man nicht vernetzt. Ja. Das ist halt dann auch wieder der Unterschied zwischen der Bürgerkaste und den oberen Kasten. Und jetzt mache ich noch eine Matrix-Parallele auf und zwar, was ist deine Interpretation von der Handbewegung von Dolores, als sie sich an den Top-Kopf tippt, als dieser reiche Schnösel, der in Folge 1 von Wir leben sowieso in einer Simulation gefaselt hat? Ja. Passt auf jeden Fall zu der ganzen Theorie. Ich sage ja, es wird immer wieder ein immer wieder neu. Also ich glaube nicht, dass, wie du es gerade eben schon gesagt hast, dass die ganzen Szenen, die wir hier gerade sehen, in einer Simulation spielen, aber dass halt parallel zu den ganzen Zeitlinien-Geschichten wir dann einfach zwei verschiedene Welten sehen. Ja. In der letzten Staffel haben sie es noch so ein bisschen dadurch den Hinweise gestreut, dass sie ein anderes Aspect-Ratio da mit reingenommen haben. Als sie in dieser Forge waren, haben sie ja ein ganz anderes Seitenverhältnis gehabt, tatsächlich mit großen Balken. und sowas. Das haben sie jetzt aber teilweise auch, ne? Aber einfach nur, wenn es Flashback von Dolores sind. Ja, ja, genau. Deshalb, ja, wie gesagt, ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen. Und letztendlich ist die große Frage, ist Caleb echt? Ist das eine Simulation? Oder ist er auch ein Host? Die Frage ist auch, wer ist gut und böse? Mein Dolores trägt permanent schwarz, Charlotte Hale weiß, auch Maeve trägt weiß. Und der Man in Black trägt jetzt auch weiß. ganz genau. Ja, da auf dem Man in Black wollte ich nämlich jetzt genau zu sprechen kommen. Ich meine, der war in der ersten Staffel am Ruder, war der Obermod, hat alles bestimmt, war der reichste Mann auf der Welt, so ungefähr. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt ist Dolores am Ruder, sie ist reich, sie ist frei und er ist halt gefangen und sogar in die Klapse gekommen. Und ich mag ja diese kleinen versteckten Easter Eggs. Hast du drauf geachtet, wie die Ehrenanstalt heißt, in die er eingewiesen wird? Oh, da kriege ich schon wieder Zuschriften. In das Sanatorium heißt, in das er eingewiesen wird? Nee. Das ist das Inner Journey Recovery Center. Ja, okay. Was für ihn, stimmt, das Inner Journey Recovery Center, da muss man jetzt auch mal schauen, wie sich das zu der Post-Credit-Szene zur zweiten Staffel jetzt alles verhalten wird. Glaubst du das? Aber das ist ja ein, du meinst den Fidelity-Test, ne? Ja, genau. Weil in der Post-Credit-Szene, in der zweiten, am Ende der zweiten Staffel, wird ja ganz stark suggeriert, dass er mittlerweile ein Host ist. Und er spricht ja auch mit scheinbar einer Host-Version seiner Tochter. Aber jetzt dadurch, dass wir ihn erleben, wie er seine Illusionen da hat und seine Fantasien, wie er mit seiner toten Tochter spricht, wirft das jetzt natürlich ein ganz anderes Licht auf den Flash-Forward in dieser Post-Credit-Sequenz. Also noch ist er auf jeden Fall echt. Noch ist er echt, ja. Ist er? Ist halt die Frage, wir sehen ihn, zum letzten Mal, sehen wir ihn weiterhin in der zweiten Staffel, wie er halb tot ins Forge rein? Ja. Okay. Ja. Und wir wissen, er schneidet sich den Arm auf und wir haben bis heute nicht erfahren, was er gesehen hat. Ja, genau. Und das Wichtige ist, dass er halb tot in der Forge ist. Und eigentlich hätte er dabei draufgehen müssen. Und das ist schon ein ganz cleverer Schachzug, den die ja gezogen haben, weil wir uns jetzt die ganze Zeit fragen müssen, wir haben ja jetzt drei Ebenen. Ist er am Leben? Ist er ein Host? Oder ist er in der Simulation von dem Megacomputer? Pfff. Ja. Und das könnte schon wieder passen zu dem, wie der Megacomputer vielleicht mit Dolores rumspielt. Oh ja. Ich sag ja, diese Serie, und das Schöne ist, ich habe in dieser Serie einfach gelernt, dass Dinge eine Bedeutung haben. Man muss sie ja nicht richtig interpretieren, was wir jetzt hier machen. Ja. Aber ich glaube einfach nicht an... Aber allein das Reden darüber macht Spaß. Genau. Ich glaube einfach nicht an Sloppy Writing und an Zufälle. Nicht in dieser Serie. Ja. Nicht in dieser Serie. Dafür sind auch, wir hatten in der letzten Folge über die Musik gesprochen. Auch in dieser Folge sind wieder Songs dabei. Also Wicked Game von The Weeknd. Und wenn man sich da mal den Text durchliest, das hat man ganz bewusst ausgesucht, weil es vom Text her passt und nicht, weil es halt eine nette Melodie ist. Naja. Ja, das ist... Deshalb hat es ja auch wieder zwei, drei Jahre gedauert, bis wir die Serie bekommen haben. Wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, die gehen hier dran wie an einen riesigen Film. Oder jede Folge ist quasi ein Feature-Film, den die durcharbeiten. Und das merkt man in allen Details. Und das nehme ich. Klar mag es jetzt nur vordergründig, tiefgründig sein. Und vielleicht lassen wir uns auch durch die ganzen kleinen Gimmicks schön blenden. Und da ist gar nicht so viel Tiefe in dieser Serie drin. Mir ganz egal. Mir kommt es zuvor. Ja. Und da können wir jetzt eine schöne Überleitung machen auf die Namen. Denn wir hatten vorhin über Caleb Nicholas gesprochen und du hast die Pfeile erwähnt und so weiter. Und auch in der Serie The Shall Not Be Named gibt es viele wichtige Namen. Aber die haben halt einfach keine tiefere Bedeutung. Und hier ist es eben durchaus anders. Du hast die Pfeile angesprochen. Also ich wiederhole nur mal eben der Sohn von der echten Shell-Tale. Der Name übrigens die tüchtige, gesunde, mit Gott verschworene bedeutet. Also ich meine, da Dolores sich ja als Gott bezeichnet, sogar selber, passt das ja also durchaus. Die Charlotte ist ja mit Gott verschworen. Der Sohn heißt Nathan. Also Nathan. Hahaha. Es gab mal einen amerikanischen Freiheitskämpfer gleichen Namens. Der hief Nathan Hale. Und jetzt rate mal, was auf dem sein Wappen drauf war. Ein Pfeil. Drei Pfeile. Ja, genau. Drei Pfeile. Drei Pfeile. Drei Pfeile, genau. Und die sind also auf dem Kissen von Nathan und im Vorspann sieht das ja auch so pfeilmäßig aus. Und die Mutter von diesem Nathan Hale heißt Elizabeth. Und wie heißt Charlotte Hale mit zweitem Namen? Hm, 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 hm. Elizabeth. Also da macht sich schon irgendjemand Gedanken. Wie gesagt, man kann nicht sagen, das ist alles ziemlich neoreligiöser Quatsch und so weiter. Okay, ja, kann man sicherlich drüber diskutieren, ob die religiöse Symbolik in der Serie ein bisschen over the top ist. Okay. Aber zumindest bauen die Dinge aufeinander auf und haben in sich eine Bedeutung. und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, oder ich möchte glauben, ich möchte glauben, dass das, was der Nathan sagt, dass es keine Elefanten mehr gibt, dass es auch nicht so dahergesagt wird. Ja, ja, klar. Ich meine, wir haben ja in der letzten Staffel in der, in der, in, wie heißt die Welt in der Rush World oder wie die hieß? The Rush. Ich glaube, The Rush, ja. Haben wir Elefanten gesehen. Ja. Haben wir Elefanten gesehen und jetzt macht das noch mehr Bedeutung, weil die oberen 1% können halt ausgestorbene Tiere wieder erleben, während alle anderen der Welt nachtrauern, die verloren gegangen ist. Ja. Und wenn man jetzt noch ins Gedächtnis, haha, sich ruft, wofür Elefanten stehen, nämlich für ein Elefantengedächtnis, ja, dann bin ich schon wieder auf so einer Meta-Ebene mit Gedächtnis und wer ist überhaupt wer und wer kann sich was merken und überhaupt, ja, also. Ich möchte gerne in diesem Writers Room dabei sein, wenn die ihre Episoden ausbreiten. Nee, 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 ich wäre lieber in einem, ich wäre lieber in einem anderen Writers Room zu sagen, was für eine Scheiße macht die er eigentlich. Ja, da ist es sowieso verloren. Hier, hier siehst du Profis am Werk. Ja, wahrscheinlich. Profis sind aber überhaupt nicht am Werk und jetzt kommen wir zu diesen kleinen Fun-Facts, die so über die Episode verstreut sind. Profis sind definitiv nicht am Werk in Sachen Sanitäter. Also, habe ich das richtig verstanden? Die zwei sind zu blöd, irgendjemandem erste Hilfe zu leisten, solange der Computer nicht sagt, was sie machen sollen, ja? Es geht ja, in unserer Welt geht es ja genau in die Richtung. Computerhilfe, ich meine, das beste Beispiel sind vielleicht Hotlines heutzutage, Support-Hotlines. Oh ja, haben sie schon mal ein- und ausgeschaltet. Ja, haben sie schon mal ein- und ausgeschaltet, aber letztendlich, wenn du es nicht bis in die Tiefen einer Support-Hotline reinschaffst und dir genau den richtigen Kontakt raussuchst von einem Techniker, der irgendwo dran sitzt, sind das alles Callcenter-Mitarbeiter, die ihren Guidelines folgen und eigentlich selber absolut keine Ahnung haben. Ein Freund von mir ist ein Callcenter-Mitarbeiter und was man von dem alles mitbekommt, was für eine Scheiße da alles abläuft, wofür die selber noch nicht mehr können, wo man sich über die Callcenter immer aufregt. Es ist kein Wunder, dass in dieser Welt, die jetzt weitergedacht ist, dann auch die Sanitäter völlig inkompetent sind. Ja, auch so kleine Worldbuilding-Sachen, ein Auto kann nur gestartet werden durch Gesichtserkennung, fand ich auch schön. Ich sehe gerade, wie wunderbar Gesichtserkennung funktioniert, weil ich habe ja meinen 500-Tage-Bart abrasiert und ich musste auch bei meinen zwei Geräten mich nochmal wieder echt zweimal einscannen lassen, damit er mich gut wieder erkennt. Hat er dich gar nicht erkannt oder hat er nur gesagt, ich bin nicht sicher, wer du bist? Er hat öfters gesagt, ich bin nicht sicher, wer du bist und das habe ich zum Beispiel bei meinem Windows-Hello mich nochmal extra neu einscannen lassen und bei Google Pixel, das lernt mit der Weile immer weiter. Wobei da ja, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, vielleicht weiß da einer unserer Hörer besser Bescheid, aber ich habe mal, oder ich glaube mich zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen habe, dass so Fingerabdruckscanner, also zumindest so die richtigen, also in Hochsicherheitssystemen, nicht funktionieren, wenn du einfach eine abgetrennte Hand drauflegst und so ein Kram. Ja, weil die auch mit Infrarot arbeiten dann dabei und schauen, ob da irgendwas, ob es einen Puls gibt, so ungefähr. Ja, höher kann man es immer treiben und auch bei den Gesichtsscannern, ich meine, in iPhone und Pixel sind ja nicht nur die Standardkameras, die versuchen, Gesicht zu erkennen, sondern es sind Infrarotkameras und ein Radar kommt noch dazu, die das alles abmessen. Deshalb ist das heute alles schon viel, viel zuverlässiger. Doch wenn du so eine Gesichtsverunstaltung hast, die wirklich dein ganzes Gesicht einnimmt, jedenfalls die heutigen Systeme haben da noch ein paar Probleme. Ich habe bei mir Fingerabdruckscanner zum Entriegeln meines Handys, habe nicht den Gesichtsscanner. Funktioniert der Gesichtsscanner auch mit zuenen Augen? Nee, ne? Beim Pixel eine ganze Zeit lang ja und das wurde auch als Problem angesehen, mittlerweile hat es Google eingebaut, dass man auch anstellen kann, dass mit geschlossen, dass die Augen offen sein müssen. Okay, weil sonst könnte man ja zum Schlafende vor das Gesicht halten und dann wird das Ding entsperrt. Genau, das ist das Problem. Das gleiche Problem hast du auch, wenn du eine Sonnenbrille auf hast. So, zurück zu den Namen. Eine kleine Namensgeschichte ist mir noch aufgefallen. Nein, also mir ist, ich google einfach grundsätzlich immer die Namen, die man länger als eine halbe Sekunde im Bild zieht. So, ja, also ich wusste vorher nicht, wer Friston ist, aber als, das fand ich übrigens eine geile Szene, als der Caleb dann mit Dolores in diesem Klamottenladen ist, da sehne ich mich ja schon in Ewigzeiten vor, dass man so im Roleplay-Game-Style so seine Klamotten auswählen kann. Das glaube ich, werde ich zu meinen Lebzeiten auch noch erleben, da bin ich sehr zuversichtlich. Es gibt jetzt schon jetzt Testsysteme, die das richtig gut machen. Ja, deswegen sage ich ja, das werde ich glaube ich zu meinen Lebzeiten noch erwähnen. Das heißt Friston Clothing und Friston ist ein britischer Neurowissenschaftler und der lebt auch noch an der University College in London und der befasst sich mit bildgebenden Verfahren zur Kartografierung des Gehirns. Und dann schön ich meine wie kommen die was für eine Recherche muss dahinter stecken, dass die sowas da einbauen. Es kann ja nicht so einfach sein, dass die Leute sagen, okay, an den Fristen, da habe ich jetzt wieder dran gedacht, habe ich mal irgendwo von gelesen. Die müssen sich doch so viele Gedanken darum machen, wir haben jetzt diesen Shop und dieser Shop muss eine Bedeutung haben. Gucken wir nach ein Hirnwissenschaftler, kennt jemand irgendeinen, müssen wir mal googeln, haben wir noch irgendwelche Lexikas hier reden, ah, der Fristen, der hört sich doch genauso an wie einer, der genau da reinpasst. Also ich meine, der Gedankengang, der dahinter sein muss, alles mit einer Bedeutung zu versehen und dann auch noch mit einer guten Bedeutung, nicht irgendwie sowas Oberflächliches da reinzuhauen, dass irgendwie der Rollstuhlfahrer Dings heißt. Stephen Hawking heißt, oder Stephen Hawking. Stephen Hawking heißt, ja, ja, eben. Ja, klar, also das sind natürlich so diese Fun Facts, aber natürlich, auf den Namen musst du halt erst mal kommen. Ja. Vor allem, weil das ist ja einer, der noch lebt und der jetzt halt nicht so zum Allgemeingut hert. Namen, zwei Sachen wollte ich noch kurz erwähnen. Die Folgentitel, also Folge 3, Die Absence of Field, geht zurück auf ein Gedicht eines Autors Mark Strand. ich musste ganz ehrlich gestehen, ich musste Mark Strand auch erst mal googeln. Ich bin jetzt auch nicht so der Megaliterat, der ist aber auch erst vor ein paar Jahren gestorben und den kennt man vor allem, also was heißt, den kennt man, nein, der hat Gedichte geschrieben, so Punkt. Also wenn man in den Gedichten drin ist, dann mag man den gekannt haben, ich kenne ihn nicht, er hat zumindest einen Wikipedia-Artikel, der ist jetzt aber auch nicht allzu umfangreich. Naja, auf jeden Fall, Die Absence of Field geht weiter mit, wo auch immer ich bin, bin ich das, was fehlt. Und das ist natürlich genau das, was der Zarek ist, weil der wird ja nur gefunden, weil er halt keine Daten hat. was auch wieder dafür spricht, dass er vielleicht doch nicht echt ist. Oder er hat so viel Macht, dass er alle seine Daten löschen kann. Jetzt bin ich gerade mal im Überlegen, was ist, wenn die diesen Twist reinnehmen und eigentlich Caleb der Bösewicht ist? Okay, was bringt dich auf, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, wie kommst du da drauf? Naja, er ist halt dann so ein ungeschriebenes Blatt, beziehungsweise nicht ungeschriebenes Blatt, so eins, was in bestimmte Richtungen getrieben wird und Dolores fällt ja auch direkt darauf mehr oder weniger rein, weil er sich ähnlich verhält, wie damals vielleicht ein William sich verhalten hat. Also es sind ja schon sehr viele Parallelen zwischen Caleb und William in der Geschichte, wie Dolores und er zusammenkommen, jedenfalls in den Episoden bisher. Und er spricht ja genau alles an, was Dolores an sich für eigene Probleme hatte in Westworld. Er ist ja quasi das Abziehbild von Dolores in der realen Welt und ist das nicht der perfekte Lockvogel für Dolores, sodass sich hinter Caleb in der Simulation plötzlich der Megacomputer offenbart. Okay. Ich hätte jetzt in Caleb ehrlich gesagt ein bisschen eine andere Lesart. meine Lesart von Caleb war die, weil ich habe, was ich noch nicht verstehe ist, warum hätte sich Caleb für Dolores überhaupt geopfert? Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, also beziehungsweise da rätsel ich noch drüber. Also warum war vielleicht genau deshalb, weil er in diese Richtung getrieben wird vom Supercomputer, der ihn steuert. Ich habe es jetzt so interpretiert, dass Caleb halt für die gute Seite der Menschen steht und das halt auch die Hosts langsam erkennen, dass nicht alle Besucher wie die ein Percent sind, die halt Besucher, dass nicht alle Menschen sowie die Besucher in dem Park sind. Weil die Hosts kennen ja nur die Parkbesucher. Na, das ist wahrscheinlich auch das Logische, was da mit reinkommt. Die andere Theorie war jetzt aus dem Kopf, als dieses typisches um den Twist nochmal, um nochmal den Messer in den Rücken zu stechen, ist eigentlich wie Dolores nochmal verraten von der eigenen KI so ungefähr. Es gibt diverse Hinweise, zum Beispiel wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, ob diese Rico App nicht auch zum System gehört. Ja. Und so schnell, wie diese Rico App jetzt reagiert hat, also auf alle Sachverhalte, sowohl dass die Dolores auf der Fahndungsliste schickt, gut, das schon sind vorher, aber dann auch plötzlich der Caleb und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass der Reveal, dass Dolores in zumindest vier der Host steckt, glaube ich, der kleinste dieser Staffel, da kommt noch mehr. Glaube ich auch. Der zweite Episodentitel. Ja, die Mother of Excellence steht für die Freiheitsstatue. Okay, alles klar. Dann habe ich das jetzt auch gehört. Ich dachte, du hättest da jetzt noch, nee, Mother of Exiles heißt die Episode. Ja, die Mutter der Exilanten steht als symbolisch für die Freiheitsstatue. Haben wir das auch noch geklärt, ja, also auch nochmal kurz nochmal diesen Titel rein, stimmt, hatte ich gerade vergessen. Also, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben und wir wollen natürlich auch eure Theorien wissen, was glaubt ihr, wer steckt in welchem Host, wer ist der fünfte Host, den wir noch nicht kennen, ist Caleb echt, ist er nicht echt, was passiert mit dem Man in Black, was ist mit Dolores und ist Serac nur eine Simulation, das wollen wir vorhin euch wissen, dann schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus punkt de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht oder Telegram an die 01525 996 47709 und dann freuen wir uns darauf, mit euch zu diskutieren, wie diese Show wohl weitergeht, in 14 Tagen hören wir uns wieder mit den Folgen 5 und 6 und ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, wie es weitergeht, ich hoffe du auch. Auf jeden Fall. Super, so, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das hier unter nerdizismus.de tun und ihr solltet auch weiterhin unsere Social Media Kanäle im Blick haben, denn da werden wir in der Reihe Zeig mir deins, ich zeig dir meins, unsere Überraschungsfilme reviewen und da haben wir wieder zwei geschaut, das Forever Nerd Girl und ich, das heißt Folge 8 wird, nee Folge 8 ist schon als Stream online, die wird bald veröffentlicht als Podcast, aber auf YouTube könnt ihr schon schauen, aber wir haben schon zwei neue Filme geguckt und die werden wir dann in Folge 9 raushauen. So, das soweit von mir, ansonsten könnt ihr euch noch den 9., nee den 3. 5. anstreichen, 3. 5. Sonntag, 3. 5. zur German Comic Con online, da könnt ihr auf jeden Fall uns auch nochmal dann sehen, wie wir Interviews mit Stars aus Gotham und The Walking Dead und so weiter führen, also von daher viel Spaß da und in diesem Sinne, Michael, vielen Dank für deine Zeit und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal ein, bis dann, ciao, Tschüss. Tschüss. Musik Musik Eine Produktion des Podcast-Imperiums